riesige dreizimmer wohnung mit zwei schlafzimmern und jeweils einer duschbad im aura solitär das hotel auf der ins rücken eingangsbereich kardaroben bereich sehr sehr große fliesen eingangsbereich mit kardaroben bereich nach der karderobe jetzt kommen wir zum essbereich und offenen wohnen und küchenbereich mit kamin die 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 2 fernsehsitzel Kamin zeige ich Ihnen gleich noch der ist zwar ja rechts schon ein bisschen zu sehen aber das haben wir gleich noch ein bisschen besser jetzt mal ein Blick ins große Wohnbereich im Fernsehbereich schöne Einbauküche mit allem drum und dran was dazugehört Kühlschrank, Geschirrspüler Mikrowelle Spüle Herd, Muzzeranfell, Backofen Kaffeemaschine Teekocher Toaster alles was man so in einer Ferienwohnung benötigt haben wir hier im Vorhaar Solitär das Hotel auf der Insurin haben wir hier auch ein Blick auf das Eingangsbereich die Zufahrt zum Rohhaus Solitär das Hotel jetzt ein Blick aus der Küche sozusagen ins Wohnbereich mit Kamin großen Wachbildschirmen hier natürlich wieder Parkettfußboden edlen edlen Parkett überall schöne Bilder also super schöne Ferienwohnungen drei Zimmer auch sehr sehr groß zwei Bäder neben dem Schlafzimmer sozusagen ein Bad Schlafzimmer hinter Wohnzimmer Schlafzimmer sozusagen hinter Wohnzimmer vom Fischklopf großen Schrank dahinten hier direkt am Schlafzimmer an das Duschbad ebenerdig natürlich mit Waschtisch, Spiegel Vorhäng-WC und Schränkchen unten drunter Jetzt ein Blick aus dem Bad in das Schlafzimmer Wenn man aus dem Schlafzimmer kommt hat man hier einen schönen Blick ins Wohnbereich mit den zwei Fernsehsesseln zum Essbereich und in die offene Wohnküche aus dem Schlafzimmer aus dem Schlafzimmer aus dem Esstisch nochmal morgens Sonntag zum Frühstück jetzt geht's zurück Richtung Eingang Richtung Garderoben Bereich und dann ist das zweite Schlafzimmer hier direkt in die Garderobe hinter der Eingangstür sozusagen Schlafzimmer Jeden Zimmer natürlich Schlafzimmer Fernseher Fernseherberage wo es immer auch rein dass jeder sein Programm schauen kann was er möchte Boxspringbäck natürlich überall Bilder daran hängt dass man sich in diese Ferienwohnung traumhaft trainiert wurde super wohl fühlt Hier natürlich auch einen Blick auf die Terrasse des Fischklubs und das zweite Bahn ist nicht direkt am Schlafzimmer dran es geht von der Lila ab separat Dusche schönes Duschbad rosa Spiegel aber in ein sehr kleines Handballspecken dann sind wir durch die Heizimmerrisike Ferienwohnung und schauen wieder durch da sieht man wie schön die Sonne rein kommt Danke fürs Zuschauen euch einen schönen Tag einen schönen Nachmittag bleibt gesund bis zum nächsten Mal auch Höre Schreie die 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 Vielen Dank.